Also richtig auf... Howard, willkommen zu einer Runde Skywars. Zu einer neuen Runde. Ja, wir haben eine neue Challenge. Und zwar die, äh, also... In den... Äh... Steuerung und dann auf Turbo. Ne Ahnung. Paul, ich hab einmal noch ein Pickaxe für dich. Ich bin nur ein kleines Stück nach vorne gegangen. Wie... Hä? Ich stand hier. Ich stand hier. Peter, hilf mir! Was soll ich tun? Hallo, liebe Leute. Ich bin jetzt gezwungen, eine Aufnahme weiterzuführen. Sperr mich, Krafter! Sperr mich, Krafter! Bitte gib mir dafür erstmal einen Liken. Einen richtig fetten Like. Like, like. Weil er mich gezwungen hat. Und weil er mich gezwungen hat, bitte dann auch noch ein, äh, Abo dalassen. Ja. Und weil er mich gleich ein Abo dalassen lässt, bitte nochmal abonnieren. Also alle, die das Video sehen, bitte abonnieren. Das heißt ja nicht, dass ich Abo geil bin, aber bitte abonniert nicht. Ja! Sonst, äh, sonst wird der Paul dran glauben, dann griefe ich ihn. Sei es die scheiß Ringer! Eine. Eine der Küche. Eins. Hier sind die wieder? Ja. Wenig gibt die Blöcke und du baust dich direkt rüber, ja? Okay. Hinter dir liegen die. Baut dich rüber, hinter dir. Direkt rüber, direkt rüber. Ich hab ein Schwert. Nein. Haha. 玉 well well. Ja. Hahaha. Hahaha. Damit ist. Wow. Wow. Genau. Genau. Das war's für heute. ja 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 wieso du? du hast mich nicht getötet ja ok, lasst nebeneinander stehen, wo bist du denn? ich hoffe euch hat's gefallen, lasst auf jeden Fall ne Bewertung da gibt'n Dislike im Podium, tschau!